Moin Freunde! Na wie geht's euch? Freut euch auch schon auf morgen? Denn morgen haben wir Dekai vom Ragnarok-Label aus Berlin zu Besuch, machen Remix mit einem seiner Tracks, der heißt Morgenrot. Bin sehr gespannt darauf, weil ich habe mir ehrlich gesagt auch, dass die Samples noch gar nicht so richtig angehört. Mache ich gleich oder sonst vielleicht erst morgen on streamen. Dann ist VJSK wieder dabei, hat geile Videos rausgesucht und so. Wir freuen uns alle total, ist bestimmt richtig cool. Schaltet einen, 19 Uhr auf YouTube, Facebook, Twitch, wie immer. Wisst ihr ja, wir freuen uns über jeden Zuschauer, der kommt. Ja und dann machen wir richtig Krach, ne? So in der Art ungefähr, wie dieses. Nein, wir machen Techno. Es klingt wie Techno in einer Industriehalle, in einer leeren Industriehalle mit einer großen Pauke in der Mitte. So, ich freue mich, schaltet den ein, Leute, und dann. Bis dann, ne? Ciao. Natürlich alles und wieder virtuell. Es ist keiner wirklich hier außer Felix. Bis dann. Ciao.